Ich the greatest. Danke für den Support. Bro, so schnell kann ich halt auch einfach nicht nach links schauen, deswegen hab ich movementen müssen. Aber funktioniert halt auch nicht, wenn er mich halt schlägt. Funktioniert halt auch nicht. Es ist halt wirklich so dumm. Bro, wie er da wieder across the map halt verschlagen kann. Es ist so krass. One only once, das geht. Dass das immer wieder funktioniert, ist wirklich einfach nur kriminell. Du kannst nichts dagegen machen. Chancenlos. Just fucked, man. Just fucked. Wo ist er denn jetzt? No way ist es der da hinten, oder? Nee, der hat einen anderen Skin. Der war eigentlich nicht da. Wer ist der Movement Fuzzi? Sörli. Z-U-R-L-Y. Z-U-R-L-Y. Was ist das denn? Medium Soft. Danke dir für den Verschenkten. Vielen lieben Dank. Danke schön, Medium Soft. Mach DP auf 16k, dann kriegst du das hin. Guter Kolder. Welchen Internetanbieter ich hab? Ich hab Magenta. Keine Ahnung, was das für ein Samskill wieder war. Keine Ahnung, legit, no clue. Ich wollte Region eigentlich wechseln, bevor ich anfange auf YouTube-Videos zu spielen. Boah, ist wirklich gerade gar nicht spielbar diese Lobbys. 250k Downloads und 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 50k Upload ich glaube. Heute muss ich richtig auf die Maus neu absetzen, also heute wirklich springen die Gegner mir vorbei und ich kann nichts machen. Heute ist komisch, wir haben ein Adrien, was geht. Heute bin ich wirklich sehr sehr aufgeschmissen mit meiner Sense. Äh, sag ich nichts an. Heute noch was geplant? Ja, heute ist geplant, dass ich nicht zu früh offline gehe, weil Warzone keinen Spaß macht. Das ist der Plan heute. Du mein Easy, was geht. Das ist die neue Maus, das ist die neue Maus, richtig. Guter Plan, kurz. Ich geb mein Bestes, ja ich geb mein Bestes. Das war gestern, als ich mich wochenlang ferngehalten habe, Warzone. Alter, Thomas, wirklich so eine Legende. Kuss für den Nuke. Beim nächsten Mal mir auch einen Nuke anspielen, bitte Thomas, ja. Der Boy der G. Ich will Thomas weniger von Cheatern gestreamt, nämlich. Wer ist jetzt bei der Maus? Ich weiß noch nicht. Wer ist jetzt bei der Maus? Ich weiß noch nicht. Wie warst du das? Ich sagte mir, was schaffst du nicht? Wo stehst du nicht. Schifft können. Nein! Weil muss in den Luftfahrer nachgefahren sein. Der Ball ist die Hand auf der Bucke. Und reinstehren, die ichãbüft. Entstehren, der Bucke. Dann würde ich in den Luftfahrer nachgefahren. Dein die Nachfragen beantragend bin. nebenwunder du vertraut du bist der beste was ist hier eigentlich passiert jetzt so geschirrt was genau hat er ja gemacht was war der was war der plan was war das ziel was war der plan meinte was das geht packe ich jetzt meine koffer kurz vorm schlafen gehen oder morgen in der frühe auf keine motivation kurz vorm schlafen gehen wird zum schlafen gehen ich gehe viel spaß dir noch easy blumenputzer dank dass du da warst hau rein schön schönes ticchen dir noch ja 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 1 2 3 4 5 5 5 5 8. 9. 10. 10. 11. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 20. 21. Begut auf. Was zur Helle? Päh, altes Witz! Frechheit! Päh, altes Witz! Päh, altes Witz! Das ist krank. Das ist wirklich krank, was hier passiert, by the way. Das ist ich. Kriminell. Auch bitte, lass mich wieder canceln. Ohne Schneipen. Und noch mal. Kriminell. Kriminell confirmed. We've located the rest of them. Mindy so. Nicht viel was geht bei dir. Ja. Schade. Der könnte eine 50er sein. Würde Jailbreak funktionieren. Aber Jailbreak ist ja verbuggt. Es kommt niemand mehr rein. Weil ja auch niemand zuschaut. Es kommen ja immer nur die Zuschauer rein, aber da sie diese Anzeige von den Zuschauern disabled haben und es nicht mal angezeigt wird, wie viele Leute zuschauen, kommt auch niemand mehr rein. Das haben sie irgendwie glaube ich nicht bedacht. Es ist komplett verbuggt. Es kommt einfach niemand rein. Es ist so krass. Nice Jailbreak. Five heads halt. Auch mal irgendwen einstellen, der auch wirklich einfach Kompetenz hat. Weißt du? Irgendwen der was rafft. Der mehr als drei Gehirzellen hat. Kann ja nicht so schwer sein. Ehrlich nicht. Dich? Au. Okay. 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 Kompetenz kostet. Uh. Das ist ein guter Call. Die stellen da vorhin mal irgendwelche Azubis an, glaube ich. Du mein Nuller Exer, was geht? Ich stelle nur Mitarbeiter ein für die Stats genauso. Meinstins. Das ist ein guter Call. Was ist das? Ja, aber ist sowieso nix. Muss ich aber einstecken, die Bombendrohne. Scheiß drauf. Lohnt sich nicht gegen anzukämpfen. Ich muss den killen, der hat gut ausgesehen. Wo ist er denn? Müssen im Fenster hier sein, oder? Halt die Waffe. Was ist das eigentlich für eine coole Tarnung? Ich will die auch haben. Ich will die auch auf meine Waffen draufpacken. Let's go, GG's. Ne, ich steppe wieder 40er.